Unternehmen Eiche war der Deckname der Befreiungsaktion für den gestürzten italienischen Diktator Benito Mussolini am 12. September 1943 durch das Fallschirmjäger-Lehrbataillon unter der Beteiligung von Otto Scorzeny am Gran Sasso d'Italia in den Aputzen. Vorbereitung Nachdem die Alliierten im Königreich Italien gelandet waren, machte der große faschistische Rat Mussolini für sämtliche Fehlschläge während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich, worauf dieser auf Befehl des Königs Viktor Emanuel II. verhaftet wurde. Hitler ordnete daraufhin eine Befreiungsmission an, unter allen Umständen sollte Mussolini unverletzt befreit werden. Generalleutnant Kurt Student befahl daraufhin die Vorbereitung der Befreiung von Mussolini. Dieser wurde im Laufe der Haft von seinen Bewachern mehrfach an andere Orte verbracht. Nach einigen vergeblichen Anläufen gelang es den Deutschen, den ehemaligen Diktator im Hotel Campo Imperatore im Gebirgszug Gran Sasso zu lokalisieren. Ablauf Am 12. September 1943 wurde das Unternehmen Eiche gestartet. Die Talstation einer zum Hotel führenden Bergseilbahn in der Nähe des Ortes Assagi wurde von der Stabskompanie, der Zweiten Kompanie sowie einem Teil der Ersten Kompanie des Fallschirmjägerlehrbataillons unter Major Harald Moss, der von General Kurt Student mit der Durchführung des gesamten Unternehmens beauftragt worden war, gegen 14 Uhr auf dem Landweg eingenommen. Bereits zuvor waren von diesen Truppen alle Telefonverbindungen unterbrochen worden. Die italienischen Verteidiger leisteten nur geringen Widerstand. Gleichzeitig landeten mit insgesamt zehn Lastenseglern DFS 230 72 Fallschirmjäger der Ersten Kompanie des Fallschirmjägerlehrbataillons unter dem Kommando von Oberleutnant Georg Freiherr von Berleps sowie der General der Polizia dell'Africa Italiana Fernando Soletti auf dem Gran Sasso. Skorzeny konnte durchsetzen, dass auch ein 16-Mann-starkes SS-Kommando unter seiner Führung an der Befreiung teilnahm und auf dem Berghang abgesetzt wurde. Der italienische General Soletti hatte die Aufgabe, den Bewachern Mussolinis Widerstand zu untersagen. Bei der Befreiungsaktion leisteten diese keinen Widerstand. Von den Lastenseglern machte lediglich einer eine Bruchlandung, wobei Personen an Bord schwer verletzt wurden. Um 14.45 Uhr kam der Kommandeur des Unternehmens, Major Harald Moss, mit der Seilbahn zum Hotel. Woraufhin der unverletzt befreite DUS mit einem fieseler Storch ausgeflogen werden sollte, Skorzeny bestand darauf, in der Maschine mitzufliegen. In der Höhe von 2100 Metern über dem Meeresspiegel und bei der kurzen, sehr unebenen Startstrecke war die dreisitzige Maschine mit drei Personen eigentlich überladen. Nach dem geglückten Start konnte der Pilot, Hauptmann Gerlach, der persönliche Pilot von General Student, Das Flugzeug mit den beiden Passagieren sichert zu dem 30 Kilometer südlich von Rom gelegenen Flughafen Prätike die Mare bringen, wo sie gegen 15.38 Uhr landeten. Von dort wurde Mussolini unverzüglich mit einer deutschen Heinkel HE-111 nach Wien weitergeflogen, wo er übernachtete und am nächsten Tag nach München gebracht wurde. Am 14. September um 14.30 Uhr traf er Hitler im Führerhauptquartier Wolfsschanze in der Nähe von Rastenburg. Im Verlauf dieser Befreiungsaktion wurden Mussolini die tagebuchartigen Notizen, die er während seiner Inhaftierung auf den Inseln Ponza und Lama-Dalena geschrieben hatte, entwendet, anschließend handschriftlich kopiert und ihm erst auf sein Bitten in Garniano zurückgegeben. Diese Aufzeichnungen erhielten später den Titel pontinische und sadische Gedanken, sie spiegelten vor allem Mussolinis depressive Stimmung wider und erwiesen sich für die Deutschen ansonsten als belanglos. Auswirkungen Um die kriegswichtigen Industriegebiete Norditaliens nicht zu verlieren, setzte Hitler dem befreiten Mussolini am 23. September 1943 als Staatschef der neu gegründeten italienischen Sozialrepublik ein. Skorzeny wurde für die Befreiungsaktion zum SS-Sturmbandführer befördert und bekam das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Sonstiges Fotos von dieser Aktion gingen um die Welt. Fotografiert hatte sie größtenteils der Bildberichter Toni Schneiders. Schneiders hatte sich freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet, wurde an der Bildschule in Braunschweig ausgebildet und war in der Luftbildstelle tätig. 1942 bis 1944 war er Frontberichterstatter bei den Fallschirmjägern in Italien und Frankreich. Er gehörte zum Fallschirmjägerlehrbataillon. Viele seiner Fotos lagern im Bundesarchiv in Koblenz. Verde ich an like, Schörer Morris. Vielen Dank.